Loll! Ich wollte dich eigentlich wegraben, damit du das Tor nicht machen kannst. Ja, hast du aber nicht geschafft. Ja, du hast das Tor auch nicht geschafft. Stimmt, aber ich hätt's doch gemacht. Oh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätt ich nochmal daneben geschossen, das war noch schlimmer als vorher. Loll! Nicht... Ja! Pass auf! Pass auf! Ja, schön. Sehr gut, über den Typ rüber gleich. Oh ja, der kommt! Ja, aber was für ein Winkel! Na ja, ihr habt da in Richtung Tor. Nein! Der eine wollte mich zerfahren, aber wollte ich ja ausgewichen und dann... Schade. Nice! Klappt immer wieder. Oh ja, das können sie nicht ab. Na ja, und fahr trotzdem nur im Kreis um den Ball rum. Guck dir das an! Was für ein Lappen, Alter! Schön! Sehr gut! Ich bin gleich rausgegangen, was ist er denn, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Oh! Nice! Nice! Hahaha! Auch noch zerfahren, die Wixler! Yes! Und ein Wixler! Achtung! Ja, lass ihn ruhig machen! Das ist schon wieder einer weg! Ja! Und alle fliegen vorbei! Ach, der Bot ist bestimmt weg, weil ein neuer Spieler rein ist, ja! Achtung! Sehr schön! Verkackt! Läuft! Ja! 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 Alter! Sehr gut! Und Leute, das ist ein Wechsel hier! Was ist denn los mit den Leuten, Alter! Ey, der arme Typ, ey! Mit wechselnden Spielern hier! Äh, lol! Jetzt ist aber keiner mehr von der Anfangsrunde dabei! Doch, doch! Nornes! Ne, der ist ja auch eben noch dazu gekommen, als der eine abgehauen ist als erstes. Ne, Nornes war von Anfang an da! Ich hab beim Start schon auf seinen Namen geachtet und gedacht, was zur Hölle ist das für ein Name? Okay! Wenn ich nicht da wäre, ne? Ja! Echt so! Ich weiß auch nicht, was heute los ist! Okay! Hast du das überhaupt gesehen, wie ich den gerettet hab? Ja! Da war ich schon wieder umgedreht! Ach, nur hier ist der Bot! Ich muss das wegfahren, hab ich gesehen! Ey, ich weiß nicht, was heute los ist! Es geht einfach nicht! Oh! Chef! Diesen Ball nicht! Es kann nicht sein! So, wenigstens das! Ja! Oh, klar! Nein, Doppelsprung und ich springe vorbei! Das ist prima! Was? Ich hab Doppelsprung gemacht aus Versehen, ich wollte eigentlich Boost drücken! Leute, ich will einer kaputt fahren. Ja. Was hat er davon? Nones war's. Der wollte. Der Bot wird sich schon nicht zerfahren wollen. Naja, sag mal nicht. Oh. Kriste? Tor. Oh, hat der ein Glück, Alter. Nice. Tor. Siehst du, so mein ich das. So sollst du Tore machen. Ja, schön. Keiner da ist, der die Scheiße abhalten kann. Das ist auch kein Wunder. Woo. Nein, 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 nein. Locker daneben. Ja, ja. Oh, oh. Sorry. Der hätte reingehen können. Den hätte ich reinmachen müssen. Ich würde sagen, sagen wir mal so. Leih. Nö. Oh 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 was Lacker alter Ja da kann ich auch nichts machen Da beim ersten mich gegen die Wand Und dann Brauch er nur noch reinschießen Schade Du musst fahren ich bin hinten Oh oh der kommt Ja nice Sehr gut Aha Eigentor Der muss wa Ja und schon ist er wieder weg Was für ein Lappen alter Verlässt das Spiel ich raste aus So bin hinten Du musst fahren Seins Noll Ne kann ich nicht Kein Saft nix hier Ich komm so schnell nicht um die Kurve Die Wendigkeit von dem Vieh ist für ein Arsch Richtig überflüssig Mist Neh mich Er wollte nicht Ja Läuft Ich bin